Hoffnungslosigkeit auch, Perspektivlosigkeit. Das ist auch häufig dann auch mal unser Job, wenn wir mit den Personen sprechen. Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sprechen heute über das Thema Abschiebung und besonders aus der Perspektive von einem Abschiebungsbeobachter. Deswegen bist du heute hier. Stell dich doch gerne vor und erklär uns auch, was machst du eigentlich? Danke, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Merz Haim. Ich bin Abschiebungsbeobachter, arbeite bei der Diakonie RWL in Düsseldorf und beobachte Abschiebungen an den Flughäfen Köln und Düsseldorf. Wie viele Menschen schiebt Deutschland denn etwa im Jahr ab? Im letzten Jahr waren es circa 16.400, ich glaube 16.430 Menschen. Das umfasst aber auch Menschen, die nach Dublin-III-Verordnung dann überstellt wurden in andere EU-Mitgliedsstaaten. Und im ersten Halbjahr 2024 waren es circa 9.400 Personen, die bereits abgeschoben wurden. Das heißt auch schon im Vergleich zum letzten Jahr circa 20-prozentiger Anstieg. Und du sagst, du bist Abschiebungsbeobachter. Und was machst du als solcher? Wie kann ich mir deinen Alltag vorstellen? Meine Kollegin und ich, wir sind zu zweit am Flughafen, manchmal auch alleine. Wir beobachten diese Maßnahmen am Flughafen. Das heißt auch nur die Flughafensituation, wenn die Menschen dort ankommen bis zur Flugzeugtür und dann aus Deutschland abgeschoben werden. Beobachtung klingt für mich jetzt sehr passiv. Greift ihr denn auch manchmal in die Situation ein oder seid ihr wirklich nur da und beobachtet? Ja, wir sind wirklich nur da, um diese Situation zu beobachten. Und um dann im Nachhinein für diese Situation auch in der Gesellschaft, auch in der Öffentlichkeit mehr für Transparenz auch dann zu sorgen. Das machen wir in Form von Jahresberichten, die veröffentlicht werden, aber auch Medienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit. Wir sprechen mit den Personen vor Ort, aber wir greifen nicht aktiv in den Abschiebungsvollzug ein. Das heißt, wir bewerten nicht das, ob abgeschoben wird, also die rechtliche Grundlage dessen, sondern wir bewerten das, wie. Das heißt, wie wird mit den Personen umgegangen, sind gewisse Standards auch gegeben, insbesondere auch bei zum Beispiel vulnerablen Personengruppen, die auch abgeschoben werden. Ja, und wir vermitteln aber auch vor Ort, das heißt, wir sprechen mit den Personen, wir gehen ins Gespräch mit den betroffenen Personen. Und wenn zum Beispiel eine Person uns mitteilt oder mir mitteilt am Flughafen, dass sie nochmal zum Beispiel telefonieren möchte oder nochmal einen Anwalt sprechen möchte, dann vermitteln wir da auch und gehen auch nochmal auf die Bundespolizei hinzu, zum Beispiel sagen, diese Person möchte noch telefonieren oder ähnliches. Wenn Missstände vor Ort beobachtet werden, melden wir das sofort auch bei der Bundespolizei, sprechen das an. Das heißt, beobachtend, nicht direkt eingreifend. Das ist so unser Mandat. Könntest du nochmal kurz sagen, was Abschiebung bedeutet? Ja, klar. Das ist auch, denke ich, wichtig, das einmal zu erläutern. Das ist ja überall auch unterwegs, dieser Begriff. Eine Abschiebung ist eigentlich eine zwangsweise Durchsetzung einer Ausreisepflicht durch den Staat. Und wie wird man ausreisepflichtig? Das ist, wenn man kein Bleiberecht in Deutschland hat. Das sind dann die allermeisten Personen, die ein abgelehntes Asylverfahren haben. Also haben Asylantrag gestellt, das wurde dann negativ beschieden. Und dann gibt es eine Ausreisefrist, meistens zwischen sieben und dreißig Tagen, kommt auf den Einzelfall an. Und wenn die Personen dieser Ausreisefrist dann nicht nachkommen, also freiwillig ausreisen in den jeweiligen Staat, dann kann durch den Staat eine zwangsweise Abschiebung dann erfolgen. Das ist der Abschiebungsbegriff. Das ist natürlich ein Eingriff auch in Grundrechte dann, wenn ein Staat zwangsweise etwas durchsetzt, teilweise dann auch körperlichen Zwang dann auch einsetzen darf. Das heißt Fesselungen, zum Beispiel Handschellen als Beispiel. Was sind denn humanitäre Standards? Das ist natürlich, also Umgang ist natürlich ein großer Teil dessen, was wir auch beobachten, was für uns wichtig ist. Ein humanitärer Umgang, ein menschenrechtskonformer Umgang. Das sind natürlich erstmal diffuse Begriffe, aber ich denke mir immer, wie man mit einem Mensch umgeht, das sollte nicht davon abhängen, in welcher Situation die Person sich dann befindet. Natürlich, wir sind in einer Situation, das ist eine Zwangssituation, das muss man ganz klar auch so benennen, aber da trotzdem einen geregelten Umgang mit den Personen zu haben. Und ich würde auch immer dieses Humanitäre auch mit Verhältnismäßigkeit nochmal verbinden, denn wenn zum Beispiel eine Person gefesselt wird, dann kann das für einen bestimmten Zeitpunkt gerechtfertigt sein, laut Gesetz. Es muss aber immer verhältnismäßig sein. Und wenn man eine Person einfach nur pauschal fesseln würde, wäre das nicht verhältnismäßig. Und das wären dann auch Sachen, die wir dann ansprechen würden, wenn sie denn dann auftreten. Was sind das für Menschen, die dir dort begegnen? Am Flughafen begegnen einem eigentlich alle Menschen. Das sind nicht nur, wie in den Medien häufig auch dann suggeriert wird, StraftäterInnen. Dazu muss ich natürlich sagen, wir bekommen die Akten von den Personen jetzt nicht vorgelegt und wissen auch in der Regel nicht, ist die Person jetzt StraftäterIn oder nicht. Aber rein von der Statistik her ist es ein Querschnitt durch die gesamte Gesellschaft. Wir haben insbesondere in Düsseldorf auch ganz viele Familien, die abgeschoben werden. Das liegt jetzt nicht an Düsseldorf per se, sondern dass am Flughafen Düsseldorf die Destinationen, die ganz häufig angeflogen werden, so Westbalkanländer sind, das ist Albanien viel, Kosovo, Serbien, Nordmazedonien, aber auch Georgien. Da sind ganz viele Familien auf diesen Flügen auch drauf. Und nicht so, wie es dann in den Medien suggeriert wird, nur Straftäter, nur Männer. Das ist natürlich nicht die Realität. Das lässt sich aber auch aus den Statistiken dann, die veröffentlicht werden, des Bundes auch lesen. Das passt dann nicht zusammen. Also das ist ein Querschnitt durch die Gesellschaft und es begegnen einem alle Personen. Und was sind das für Gefühle und Stimmungen, mit denen du dann konfrontiert wirst? Das ist auch sehr unterschiedlich. Resignation begegnet einem. Menschen wollen teilweise auch dann gar nicht sprechen, auch mit mir nicht, auch mit meiner Kollegin nicht. Aber es ist auch so, dass du manchmal auch Aggressionen hast, natürlich. Die Personen befinden sich in einer absoluten Ausnahmesituation, die ihr Leben verändert. Und die Personen auch manchmal mit uns nicht sprechen wollen, das respektieren wir, natürlich. Wir wollen auch manchmal nicht mit allen sprechen. Und wir können uns in diese Situation natürlich auch schwer reinversetzen. Für diese Menschen ändert sich ihr Leben. Schlagartig. Wir können nach den Beobachtungen Feierabend machen, nach Hause gehen. Man muss da sehr sensibel sein. Und diese Personen entgegnen einem dann auch teilweise natürlich auch mit Abneigung, auch uns gegenüber des gesamten Systems, gegenüber Resignation, auch oft, dass Menschen einfach schweigen. Kinder auch häufig, man beobachten kann, dass sie ganz stark in sich gekehrt sind. Einfach nur da sitzen, gar nicht reden. Was dann nicht ein Zeichen ist, dass die Personen, besonders Kinder, die Situation so auch einfach akzeptieren. Sondern häufig auch einfach von großem Stress auch, Resignation. Aber auch Trauer. Menschen weinen viel. Hoffnungslosigkeit auch. Perspektivlosigkeit. Das ist auch häufig dann auch mal unser Job, wenn wir mit den Personen sprechen. Und wirklich merken, okay, Personen sind sehr perspektivlos. Wissen überhaupt nicht, wo sie jetzt hin sollen. Teilweise Kinder, die hier geboren sind, die nur Deutsch sprechen. Dass wir dann versuchen, okay, können wir vielleicht noch Adressen raussuchen in den Zielländern, wo die Personen wenigstens hin können, sich hinwenden können. Eine Adresse ist häufig wirklich etwas, was die Personen sehr dankbar aufnehmen und für die auch eine Art Sicherheit dann ist. Zu wissen, okay, ich kann mich da hinwenden. Ich stehe nicht ganz alleine. Das ist schon wichtig und das probieren wir dann auch. Natürlich kann man die Situation jetzt nicht dadurch besser machen. Aber eine Art Perspektive zu geben, das ist auch noch schon ganz gut. Und mit diesen Emotionen dann auch umzugehen. Wie gesagt, manche Menschen wollen gar nicht sprechen. Das wir dann natürlich auch respektieren. Klar. Gibt es Einzelgeschichten, die dich besonders berührt haben, die du vielleicht teilen magst? Insbesondere Geschichten mit Kindern oder auch Geschichten, wo Familien dann getrennt wurden durch eine Abschiebung. Das sind schon immer so die Sachen, die einem natürlich auch näher gehen. Weil insbesondere bei Familientrennung durch eine Abschiebung ist es noch schwierig zu sagen, okay, werden die Familien dann auch wieder zusammengeführt im Zielland oder bleiben sie jetzt auf längere Zeit getrennt? Mit Eltern von Kindern beziehungsweise, anders gesagt, einzelne Elternteile von Kindern ist dann schon nochmal. Das sind Geschichten, die einen natürlich nochmal stärker berühren. Das würde ich schon sagen. Du machst die Arbeit jetzt ja schon eine Weile. Gibt es Sachen, wo du sagst, da ist ja noch Potenzial, das auszubauen, Dinge zu verbessern, Dinge zu verändern? Hast du da Wünsche? Ja, insbesondere in unserem letzten Jahresbericht, letztes Jahr, den haben wir zum Themenschwerpunkt Kindeswohl geschrieben. Welches ein Thema ist, was uns immer wieder am Flughafen auch begegnet. Ich habe schon mal darauf hingewiesen, dass zum Beispiel sowas wie Familientrennungen, das heißt zum Beispiel die Trennung von einzelnen Kindern, von Vätern, kann man sich jetzt praktisch so vorstellen, dass zum Beispiel der Vater noch unterwegs war morgens, kann auch zum Bäcker gegangen sein, ist nicht in der Unterkunft anzutreffen. Dann wurden Kinder und die Mutter mitgenommen, auch abgeschoben, ohne den Vater. Das sind natürlich Situationen, die das Kindeswohl dieser Kinder natürlich betreffend sind. Das wären Situationen, wo wir uns als Abstimmungsbeobachtung wünschen, dass wenn so eine Situation oder so eine Entscheidung getroffen wird in so einer Situation, dann auch nochmal deutlich stärker reflektiert wird. Okay, es findet jetzt eine Familientrennung statt. Wünschenswert wäre natürlich, wenn die gar nicht stattfinden. Und sollte eine Situation wirklich unvermeidbar sein, dass man das wirklich ganz genau abwägt in solchen Situationen, das wäre zum Beispiel eine Situation, das wäre ein ganz klarer Wunsch von uns, den wir auch so in unserem Bericht formuliert haben. Dann gibt es eigentlich immer wieder auch Situationen, die wir beschreiben, die Situationen beschreiben, wenn eine Person abgeholt wird aus einer Unterkunft zum Beispiel. Dass es häufig dann der Fall ist, die Person kommt am Flughafen an, ihr Gepäck wurde schon weggeparkt, ins Flugzeug gebracht und die Personen keine Möglichkeiten mehr hatten, zum Beispiel ihren Anwalt zu kontaktieren. Dann aber gesagt wird, ja, das Gepäck ist schon im Flugzeug, es gibt keine Möglichkeit mehr. Die Personen aber unter Umständen den Namen nicht wissen des Anwaltes, die Rufnummer nicht auswendig wissen. Und das ist schon für uns eine Situation, die wir häufiger beobachten, häufiger auch so, als diese beschreiben, in unserem Jahresbericht auch beschrieben haben. Denn die Möglichkeit, einen Rechtsbeistand einzuschalten und der Zeitpunkt ist da maßgeblich, frühzeitig, im besten Fall, das ist schon sehr wichtig. Und das kritisieren wir auch, beziehungsweise beobachten wir, teilen wir so mit. Und das wäre natürlich auch ein Wunsch, dass da ganz stark drauf eingegangen wird, die Menschen im besten Fall bei der Abholung darauf hingewiesen werden, möchten sie noch jemanden kontaktieren, möchten sie ihren Rechtsbeistand kontaktieren, damit auch noch genug Zeit ist. Diese Situation dauert lange an, dieser Abschiebungsvollzug. Das sind mehrere Stunden, über die wir sprechen, um wirklich noch was tun zu können. Der Umgang mit schwangeren Personen zum Beispiel, generell Umgang mit vulnerablen Personen, ist auch ein Thema, welches wir häufiger ansprechen, wo wir der Meinung sind, dass da auch in gewissen Situationen sensibler darauf geachtet werden könnte, deutlicher berücksichtigt werden könnte. Wobei man natürlich sagen muss, die staatliche Seite sichert sich da ab, holt sich von Ärzten sogenannte Fitte Fleiß. Das heißt, die Personen sind gesund zum Fliegen, fit genug, um zu fliegen. Trotzdem sind wir der Meinung, dass eine Abschiebung eine sehr besondere Situation darstellt, eine Zwangssituation darstellt, auch großen Stress darstellt. Wenn eine Person schwanger ist, dass das schon auch einen Einfluss darauf haben könnte oder generell vulnerable ist. Da würden wir uns in manchen Situationen dann auch schon einen sensibleren Umgang wünschen. Wir formulieren das so in unseren Berichten auch und sind da auch dann im Austausch mit den entsprechenden Behörden. Als weiteren Wunsch kann man natürlich auch nochmal aus unserer Seite sagen, wir sind mit einem Vollzeit-Äquivalent vor Ort. Das heißt, eine Stelle, zwei Personen, meine Kolleginnen und ich teilen uns das, wird jeweils 0,5 Stellen. Und insbesondere mit den Forderungen aus der Politik nach mehr Abschiebungen. Das sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz wurde Anfang des Jahres beschlossen. Und das hat natürlich auch einen Einfluss oder soll einen Einfluss haben auf die Abschiebungszahlen, auch in NRW. Und deswegen, es wäre definitiv auch wünschenswert, wenn wir da personell mehr Kapazitäten hätten. Mit einer Stelle kannst du wirklich nur stichprobenartig beobachten. Es gibt nur an einer Handvoll Flughäfen in Deutschland überhaupt eine Beobachtung, aber an viel mehr Flughäfen in Deutschland Abschiebungen, die gar nicht beobachtet werden. Das ist problematisch und durch ein effektives, flächendeckendes Monitoring würde das gegeben sein. Das ist eine Forderung, die aber auch schon mehrfach gestellt wurde durch AbschiebungsbeobachterInnen in ganz Deutschland, aber auch durch die katholischen evangelischen Büros in Berlin, die ja auch regelmäßig mit Vertretern in der Bundesregierung in Kontakt stehen, auch bei Gesetzgebungen mit in Kontakt stehen, sind wohl häufig schon darauf hingewiesen, okay, es gibt diese EU-Rückführungsrichtlinie, die müsste in nationales Recht umgewandelt werden, damit wir wirklich ein effektives, flächendeckendes Monitoring in Deutschland haben. So wie es aktuell ist, ist es nicht der Fall, denn es ist nicht flächendeckend. Und wirklich, dieses effektive Monitoring würde auch noch die Abholungssituation und die Flugphase mit einbeziehen. Aktuell beobachten wir nur an den Flughäfen selbst. Das heißt, die Abholung in den Unterkünften, zu Hause bei den Personen aus Haft, beobachten wir nicht. Und ein effektives Monitoring würde schon das auch alles nochmal umfassen. Im EU-Umland haben das fast alle anderen EU-Staaten auch mit umgesetzt. Unterschiedliche Art und Weise, muss man dazu sagen. Aber da gibt es das. Also in Österreich zum Beispiel gibt es auch dann Ombudsstellen, die das dann machen, die dann wirklich ein effektives Monitoring versuchen zu gewährleisten. Ich danke dir, dass du heute hier warst und mit uns über dieses sensible Thema gesprochen hast und über deine Arbeit und da so ein bisschen Einblick geschaffen hast in die Blackbox. Und ich danke euch auch, dass ihr dabei wart und ich freue mich auf das nächste Video. Bis ganz bald. Ciao. So. 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 So.